Leute, mich hat's erwischt. Ich bin fettkrank geworden. Ach ja, keine Sorgen, das war nur Wasser. Ganz recht, erst verliere ich meine Haare und jetzt auch noch meine Gesundheit. Wo soll das denn noch hinführen, Leute? Allen Spaß beiseite, ich bin wirklich krank geworden und ich dachte mir, Mann, was kann man denn bloß gegen so eine Krankheit machen? Normale Menschen würden sich vermutlich jetzt einfach ins Bett legen, vielleicht einen warmen Tee machen und schlafen. Sehr viel schlafen. Nie mehr aufwachen. Okay, nee, das war einer zu weit. Aber ich dachte mir, aber hey. Ich habe noch nie Mario Galaxy 2 gespielt und ich hörte, da soll das schwerste Level im ganzen Mario drin sein? Die Großmeister-Galaxie. Ja, ganz recht, ich werde krank heute zum ersten Mal Mario Galaxy 2 spielen und direkt mit dem allerschwersten Level überhaupt anfangen. Leute, es wird wirklich gottlos. Werde ich das überhaupt in meiner Krankheit schaffen und werde ich es überhaupt generell schaffen, weil es so schwer ist? Finden wir es jetzt. Raus. Wir werden sterben, wir werden sterben. Drücke gleichzeitig A und B. Was ist, wenn ich 1 und 2 drücke? Ja, okay, schade. Man darf ja... Ach ja, stimmt. Das ist irgendwie... Hat ja auch... Meine neue Frisur. Fresh. Alter, ist der thick. What the... What's up, Bro? Kannst du mich von meiner Krankheit heilen? Ah, scheiß auf den Thick-Boy. Wenn wir die Big-Boy Mama hier haben. Was genau Mama? Ist die nicht eigentlich 2 Meter groß? Sieht viel kleiner da aus. Was gab Rosalina? Ich möchte dir... Oh, ich kann nicht so umspringen, meine Stimme. Ich möchte dir meinen Tag aussprechen. Äh, alles okay, Rosalina? Die Stimme ist ein bisschen weg. Rosalina, schaut zu. Denn wir werden sogar krank. Das schwerste Level. Bestreiten und obsi. Da ist das Level. Leute, ich hab Angst. Oh, ich hab Angst. Ich sag's euch ehrlich. Das ultimative Übfexamen. Aber vielleicht haben wir es auch für das Try. Rein da. Mein Dings ist ein bisschen abgefallen. Alter, ist das pretty. Hey, Luigi, Bro. Was machst du denn hier? Was gab, Luigi? Alles cool? Hey, Luigi, wohin gehst du, Bro? Bleib hier. Oh, oh, what the fuck? Hinterher. Digga, ist ja schnell. Warum ist das so schnell? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay. Also, Luigi ist gone, but not forgotten. Wir haben die erste Sektion überlebt. Sieht doch gut aus. Okay, ich schätze, ich darf nicht von den Goombas getroffen werden. Das nennt man auch logisches Denken. Also, lass das mal nicht passieren. Ich will, das war keine Absicht. Ich will... Okay, let's go. Wir gehen nach oben. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. So, wir sind wieder so weit wie vorher. So, Butz, seht ihr? So einfach ist das. Diese Goombas waren nie eine Herausforderung. Ich hab gerade eben nur Joke gemacht. Also, Fiss. Oh, der ist in Panik. Panik. Okay, das war alles geplant. Und den Goomba natürlich auch... Panik. Warum passiert so viel auf einmal? Ha! Ha! Wie komm ich überhaupt da hoch? Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Okay, runter von Yoshi. Wie komm ich von dir runter, Yoshi? Joshua, lass mich runter, Bro. Oh, okay, alles klar. Keine Ahnung wie, aber ich hab's geschafft. Hey, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Also, die Ästhetik ist cool. Guckt euch mal um. Unten das sieht cool aus. An der Seite das sieht cool aus. Aber was ist das für eine Mission? Äh, ich schätze einfach alle aktivieren. Aber so schwer ist das doch nicht, oder? Wow, what the fuck? Okay, okay, ich seh die... Ich seh das Problem. Let's go! Ein Fall auf... Nein, ich hab den ersten deaktiviert. Wie konnte das passieren? Ha! Also, ich sag's euch ehrlich. Bis jetzt wirkt das viel einfacher als damals Mario 3D World. Guck mal, jetzt haben wir hier rüberspringen. Hier rüberspringen. Und zack. Ist doch easy. Das schwerste... Ich hätte nicht sagen, der Fressor kamer. Aber wir haben ja noch ein paar Treffer frei. Ist ja alles gut. Oh, wir kriegen wieder unsere Leben hier aufgefüllt, oder? Wie? Was ist das denn hier? Wolke? Wie nutzen wir das? Ich hab das Spiel noch nie gespielt, Leute. So vielleicht... Ah! Hä? Okay, easy. Boah, die Controls sind aber geil. Auch mit der Wii-Mode funktionieren die echt gut. Alles gut. Ich schaff das noch. Noch kann ich es schaffen. Oh! Nein, nein, nein. Ich brauch... Ah, nein. Ich krieg die Dix nicht. Nein! Okay, alles gut. Wir können die holen. Wir können die holen. Oh, Gott. Alter, das ist voll scary. Aber das macht Bock. Habt ihr eigentlich... Oh, mein Gott. Dass Charles Martinet einfach nicht mehr Mario spricht. Never forget, Digga. Woohoo! So, wir sind weiter. Und noch ein Checkpoint. Wir schaffen das First Try. Ah, nee, warte mal. Das geht schon ganz schwer. Warte. Warte, ich geh in einen neuen Modus, Leute. Das ist der wahre Gamer-Mode. Oder auch der türkische Mutter-Mode. Wir gehen in den türkischen Mutter-Modus. Let's get it. Wie funktioniert... Oh, Gott. Ah, so. Genau, genau. Ey, das bringt mir gar nichts mit der Wolke. Die Wolke macht mir alles viel schwerer. Warte mal, warte mal. Kann ich jetzt? Ich weiß nicht. Hab ich noch eine Wolke frei? Ich hab keine Wolke mehr frei. Aber alles gut. Aber alles gut. Alles gut. Wie lebe ich noch? Leute, ich sage es euch ehrlich. Das ist doch schwerer, als ich gedacht habe. Weg mit dem türkischen Mutter-Mode. Und ich will auch gar kein Haltstuch mehr tragen. Leute, ich bin vielleicht krank. Aber mit unserer Energie, der Didi-Gang-Energie, schaffen wir es trotzdem. Okay, Alter. Wir haben nur noch ein Leben. Ich glaube, das heißt, wir dürfen sogar einmal noch sterben. Danach können wir sogar nochmal... Wahoo. Ah, jetzt verstehe ich erst. Nur wenn man schüttelt... Was geht bei ihm ab, Digga? Nur wenn man schüttelt, dann verändert sich hier die Kacke. Oh mein Gott. Okay, aber easy. Einfach ein paar... Guck mal, es ist easy, wenn man nicht geistig zurückgeblieben ist, wie ich. So, wieder ein paar gut platzierte Longjumps. Wir sind so weit wie noch nie. Jetzt einfach nicht choked. Einfach mal gut spielen. Jesus Christ. Okay, okay. Wir schaffen das. Rein da. Yes. Okay, nice. Wir sind sogar noch eine Sektion weitergekommen. Hey, was gab Toad? Ich werde Mario bei der Arbeit erleben. Wahnsinn. Wie ist überhaupt der Toad da hingekommen, Digga? Du bist viel krasser als ich. Okay, Leute. Weiter geht's. Checkpoint, der uns gar nicht mehr bringt. Oh mein Gott. Bis jetzt ist es wirklich sehr machbar. Ah. Stark den. Alles gut. Warte. Wie geht das? Ich kenne das Spiel nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Ich kenne das Spiel doch nicht. Ich kenne das Spiel doch nicht. Okay. Ein Game Over ist kein Game Over. Alles klar, Leute. Es wird Zeit, die neue schnelle Brille auszupacken. Oh yeah. Boah. Oh mein Gott. Ich muss nicht echt zusammenreißen. Ich darf nicht so oft bei den Anfangssektionen verkacken. Weil wenn ich die verkacke, Leute, dann fehlen uns am Ende, glaube ich, ein bisschen die Leben. Oh mein Gott. Okay. Diese Stelle ist Baby einfach. Also wer bei dieser Stelle nur getroffen wird, ist ein Kind. Fertig. Easy peasy. Mann. Warum werde ich da mal getroffen? Die Sektion war eigentlich auch einfach. Sie ist ein bisschen... Hey. Warum habe ich wieder alle drei Leben? Geil. Sie ist zwar ein bisschen Nerven zerreißen, aber nicht unbedingt schwer, wisst ihr? Eine Minute, 37 Sekunden später. Guck mal, Leute. Das ist der dritte Try. Und wisst ihr, was man sagt? Man sagt, alle guten Dinge sind drei. Werde mich konzentrieren? Ich werde mich anstrengen. Ich werde derjenige sein, wo Leute sich ein Vorbild vernehmen. Ich werde derjenige sein, wo Leute sagen, ich habe ein... Hä? Warum sind wir rausgeflogen? Das Spiel hat wohl ein wenig gebackt. Naja, Glück für uns. Jetzt haben wir ja noch alle vier Leben. Ha. Das ist so eine dumme Stelle. Das ist eine, die soll direkt am Anfang die Nerven zerreißen. Wisst ihr? Es soll die Nerven... Danke. So eine einfache Sektion. Wie habe ich es nicht geschafft, die zu packen, Mann? Die Stelle ist fucking easy. Die Stelle ist so ein bisschen zum Ausatmen. Wisst ihr, was ich meine? Man kann hier einfach so langlaufen. Nein! Immer wenn ich da getroffen bin, ich check das nicht. Egal. Wir kriegen unsere Herzen eh wieder aufgefüllt. Jetzt sind wir wieder hier. Lass einfach nicht sterben. Das ist mein goldener Tipp an mich selber. Nice. Okay. Wir sind wieder fast da, wo wir gerade eben waren. Okay. Hier einfach ein paar Longjumps machen. Nein. Jetzt nicht schocken. Wir haben... Das ist unser letztes Leben. Nicht schocken. Nicht schocken. Ich will nur so weit kommen, wie gerade eben. Oh. Wir sind so weit, wie gerade eben. Wir chillen unsere Eier. Aktivieren den Checkpoint, den wir nicht brauchen, weil wir nur Leben haben. Hier muss man irgendwie greifen oder so. Duftig unterwegs. Das ist gar nicht gut, dass Mario duftig, knuftig, wuftig unterwegs ist. So. Was ist jetzt hier? Mit A oder mit B? Mit B, oder? Mit B. Okay. Oh. Der Safe. Ey. Okay. Ich mach das auch wirklich zum ersten Mal. Ich mach das zum ersten Mal. Okay. So. Wir sind wieder bei dieser Scheiße hier. Ja, weil man ohne den dreckigen Cloud Mario, der mich immer gebumst hat. Jetzt werden wir es schaffen. Ich weiß, wie die nächste Stelle funktioniert. Stock den. Ich weiß noch nicht. Okay. Doch mit A. Doch mit A. Oh. Da sind auch Münzen. Wie bekomme ich die Münzen? Hä? Wie bekomme ich diese Mün... Bro. Stop. Junge, aber da wird man auch immer getroffen. Egal. Jetzt hole ich es mir. Jetzt hole ich es mir. Ich löse mich. Äh. Das hat nicht so ganz klappt. Jetzt löse ich mich nochmal. Aber zum Glück hat das richtig gut geklappt. Okay. Scheiß auf die Münze. Wir werden uns diese Münze niemals im Leben holen. Letzter Try, bevor wir alles wieder von vorne machen müssen. Bro. Wie kann man immer davon getroffen werden? Egal. Oh mein Gott. Ich bin fast gefallen. Okay. Jetzt Concentration Station. Concentration Station. Concentration Station. Speed Run. Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Oh. Das ist unangenehm. Boah. War das knapp. Speed Run. Speed Run. Speed Run. Speed Run. Das ist wieder eine Münze. Aber ist okay. Oh mein Gott. Wie leben wir noch? Wie zum Fick leben wir noch? Was ist das? Wie soll ich da hinkommen? Muss ich mich fallen lassen? Hä? Was? Man wird einfach so oder so getroffen? Aber egal. Wir sind schon mal ein bisschen weiter. Geben die Münzen. Oh Gott. Die Musik wird episch. Komm her, Bro. Gib Münzen. Bitte. Auf Ehre. Du Ehrenloser. Der Ehrenlose. Aber wir sind weitergekommen als gerade eben. Das ist schon mal. Das ist Progress. 3.000 Jahre später. Oh. Hier mal nicht getroffen werden, wer jetzt goated. Weil so mit zwei Leben ist ein bisschen uncool. Wir wollen mal nicht getroffen. Ja. So viel dazu. So. Mit Schwung versuche ich jetzt. Oh mein Gott. War das knapp. Ah. Mit Schwung bringt das sowieso. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh Gott. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Safe. 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 Ah. Und hier muss man dann auch wahrscheinlich mit Schwung arbeiten. Warte mal. Warte mal. Ich hab eine Idee. Pass auf. Yes. Okay. Alles klar. Alles klar. Prinzip verstanden. Prinzip verstanden. Wir sind weiter. Und wir haben zwei Treffer frei. Wenn das hier schon fast das Ende ist, dann sind wir fast am Ende. Kluge Aussage bilden. Okay. Genieß die. Du Hurensohn. Ich war gerade am Reden. Fick deine Schwester, du Bastard. Ah. Weg hier. Ich bin kein Furry. Motherfucker. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Chill. Chill. Okay. Was ist mit diesen Blöcken? Diese Blöcke sind ganz normal, oder? Ja, die sind ganz normal. Oh. Spinny Mini. Sinny Minis. Der beste Frühstückssnack. Und rüber. Sagen wir nicht, wir müssen die töten. Sind das viele? Sagen wir nicht, wir müssen die töten. Wir müssen die sowas von töten. Wie leben wir überhaupt noch? Wie leben wir überhaupt noch? Warum sterben die nicht? Schlüpp. 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 Wir haben Münze. Wir haben sogar eine Münze erhalten. What the fuck is going on here? What's going on here? Was ist los? Hä? Hä? War's das schon? War's das schon? Wer hat gesagt, das ist schwer, hä? Hast du es gesagt? Nee. God damn. Aber was ist diese andere Herausforderung da? Das möchte ich ganz kurz wissen. Großmeister der Galaxien. Was ist der Unterschied zu diesem anderen Stern? Hä? Ist doch dasselbe. Ja, hä? Das 1-2-1 dasselbe. Yes. Ein Leben nur. Warte, ich probiere es mal kurz aus. Ich probiere es mal kurz aus. Ob ich zumindest zum ersten Checkpoint irgendwie komme. Dega, diese... Was ist das denn? Was sind das für Enemies? Okay, wir haben es geschafft. Checkpoint. Checkpoint. Let's go. Okay, ah ja, hier war noch kein Checkpoint. Aber nein. Hier werde ich immer getroffen. Wir müssen es schaffen, Leute. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Okay, das ist gut. Jetzt einfach laufen und wir werden nicht getroffen. Okay, nice. Checkpoint. 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 So schwer ist das nicht. Aber mit den Checkpoints ist es wirklich machbar. Keine Checkpoints. Nein. Oh Gott. Nein. Oh nein. Jesus. Oh Gott. Guck. Hättest du dich, die scheiß Wolke. Heißer. Heißer. Mega, wie lebe ich noch? Mega, lalalalalala. Der Hurensohn. Er springt in mein Arschloch. Ab diesem Punkt ging es mir wirklich endlos schlecht. Die Krankheit hatte mich eingeholt. So nach wirklich unzähligen Versuchen, unendlichen Kopfschmerzen, Husten bis nach sonst was, Halsschmerzen, die unerträglich waren, wollte ich es dennoch auf einen letzten Versuch ankommen lassen. Wenn wir es jetzt schaffen mit diesem Trident, haben wir es sogar Sub 2 Hours geschafft. Mein gesundheitlicher Zustand neigt sich dem Ende zu, mich will gar nicht lügen. Wir konzentrieren uns, das muss der Try werden, ich sterbe gerade. Geil, okay. Geil. Jetzt Konzentration, Leute, jetzt Konzentration. Alter, wohin springt der? Oh mein Gott, war das knallig. Yes. Ja. In unter zwei Stunden geschafft. Trotz Krankheit aber durchgezogen. Sammen wir den Stern ein. Aber davor, frage ich mich eine Sache. Ich habe das krank geschafft. Und das in unter zwei Stunden. Also sagen wir eigentlich, ich habe es in genau zwei Stunden geschafft. Ich frage mich gerade. Viktor, würdest du es auch Sub 2 Hours schaffen? Und das, obwohl du gesund bist. Wohl verfickt, nochmal verdient. Haben Sie Squid? Und das ist ein Mandat, bevor ich mich zuschasse. Und das sind wir das, aber ich habe schon gesagt. hitting die Zuschauer. So. Und das sind wir daqui mitts, wenn ich probiere immer auf sein. Und das ist ein Mandat. Und das ist der ear median. Und das ist der 101 weisen Menschen zusammen. Und so ist es du TH auditor dienen, was familia Single Film liflements, Und das ob ein paar UW-청ere. Und das ist, ich komme jetztraine und bewält stan. Und das ist wirklich. Und da ist es zu Lower وال legends leben. Und das ist es conducted sonst irgendwas i 𝘙老師. Für mich status. Und das ist vielleicht so schwere, was ich closer zu hand. Bis zum nächsten Mal.